Guten Morgen, Leute. Da die Kinder mich geweckt haben und der Luis noch schläft, werde ich ihn jetzt wecken. Guten Morgen! Aufstehen! Du hast verschlafen! Los, raus jetzt! Los! Raus! Los! Guten Morgen, mein Schatz! Da sagen die Männer immer, die Frauen brauchen länger frühs. Versteh ich nicht? Also, ich sitze im Auto. Dani? Kein Dani da. Wo bleibt er nur? Ich möchte gerne mal wieder dahin, wo ich lange nicht war. Dann gehen wir zum Friseur. Schüttel mal bitte für mich. Alter, für das Gleiche habe ich verloren. Ich werde nicht so alt für so die Scheiß. Alter! Chrissy, ich habe ein Geschenk für dich. Warum? Was ist denn das? Damit kann man Selfies machen. Damit kann man Selfies machen? Boah, cool! Ich probiere es gleich mal aus, ja? Boah! Warte! Warte! So! Und so!